In diesem Video geht es um die fünf wichtigsten eBay SEO Tipps, die ihr beachten solltet, wenn ihr euer Listening optimieren wollt. Heute ist eCommerce. Mein Name ist Ali Okasi. Ich bin Inhaber der eCommerce Agentur eBakery. In dem heutigen Video geht es um eBay SEO. Viele sprechen darüber, aber meiner Meinung nach kennt sich nicht jeder wirklich mit eBay SEO aus. Es gibt verschiedene Arten von SEO. Es gibt das klassische Google SEO, es gibt YouTube SEO, es gibt Amazon SEO, es gibt aber auch eBay SEO. Und eBay hat eine eigene Suchmaschine namens Cassini. Wie gehe ich denn vor als Online-Händler, wenn ich mein Produkt vernünftig platzieren möchte? Punkt eins. Und das gilt eigentlich für jede SEO-Maßnahme. Eine vernünftige Keyword-Recherche. Ihr müsst herausfinden, was sind denn die Keywords, die meine Kunden eingeben. Dafür habt ihr halt die Vorschlagsuche. Ihr kriegt ja so Vorschläge, wenn ihr bei eBay was sucht. Das ist schon ein Indikator. Aber es gibt auch kostenlose Tools, wie beispielsweise Google hat ein Keyword-Planer-Tool oder auch andere Tools, die es auf dem Markt gibt, die euch erstmal helfen, die richtigen Keywords zu finden. Google Trends könnte man auch nutzen. Wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele. Oder man guckt einfach bei den Mitbewerbern, was nutzen die denn so als Keyword und versucht darauf dann zu ranken. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Titel. eBay hat 80 Zeichen. In diesen 80 Zeichen müsst ihr einmal das Keyword vernünftig platzieren, aber zum anderen muss es auch angeklickt werden. Ich finde es immer grottig, wenn ich Artikelbezeichnungen sehe mit Keyword, 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 dann weiß ich nicht als Kunde, was kaufe ich denn da letztendlich. Das stehen 1000 Keywords, aber ich weiß nicht, was ich dann kaufe. Das heißt, zum einen macht ihr eure Angebote für Menschen. Zum anderen ist es aber auch wichtig, die Keywords da richtig zu platzieren. Das heißt, schaut euch an, was machen die Mitbewerber, die gut ranken. Versucht einen Titel zu finden, wo ihr sagt, hey, das wird angeklickt und das wiederum hat auch die wichtigsten Keywords, die ich benötige. Kommen wir zum Punkt 3. Was sehr wichtig ist bei eBay, sind natürlich die Merkmale. eBay hat vordefinierte Merkmale. Die müsst ihr natürlich füllen. Und die füllt ihr natürlich so, dass das Angebot auch vernünftig platziert wird. Ist eigentlich nicht schwierig, relativ einfach, aber machen viele trotzdem noch falsch. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, für die Usability eigene Merkmale zu füllen. Ihr habt die Möglichkeit, bei eBay wirklich eigene Merkmale zu setzen. Und wenn ich beispielsweise als Kunde keine Lust habe, bis zur Artikelbeschreibung zu gehen, dann gucke ich mir die Merkmale an und sage, okay, stimmt, passt so, bestelle ich. Ähnlich wie bei Amazon die Bullet Points. Kommen wir zum Punkt 4. Ein vernünftiges Template. Nicht ein Template, das irgendwie zerschossen ist. Es muss ein Template sein, das Usability-technisch zum einen gut ist. Da gibt es viele Player auf dem Markt, die wirklich gute Templates haben, was aber auch letztendlich einfach zu lesen ist. Also was bringt es mir, wenn ich ein fancy Template habe, aber die Information, die ich benötige, nicht finde. Kommen wir zum Punkt 5. Dem letzten Punkt, aber eines der wichtigsten Punkte. Die Artikelbilder. Aber Leute, wenn ich mir das anschaue, ihr habt eine Galerie-Funktion, Galerie Plus und allem drum und dran und dann habt ihr grottige Bilder. Das geht nicht. Bilder sind sehr wichtig für die Kaufentscheidung. Bilder sind das A und O. Bilder müssen vernünftig sein, vernünftig freigestellt sein. Also wenn ich manchmal Bilder sehe, dann denke ich mir, ach du Jemini. Bilder sind mega wichtig. Und es gibt, beispielsweise haben wir einen Ebay SEO-Artikel, den verlinken wir unten. Und da erklären wir euch ein bisschen, wie die Bildgröße sein muss, wie ihr die Bilder anordnet. Und Bilder sind wichtig. Und wenn ihr es selber nicht könnt mit den Bildern und wenn die Hersteller euch keine Bilder liefern, dann bitte besorgt euch einen Produktfotografen. Es kostet zwar ein paar Euros, aber letztendlich habt ihr dann vernünftige Bilder. Oder ihr versucht, euch mit Produktfotografie auseinanderzusetzen oder kauft euch so eine Box oder wie auch immer. Es gibt viele Lösungen, damit ihr vernünftige Bilder auf der Plattform Ebay stellt und damit dann gegebenenfalls bessere Verkäufe erzielen könnt. Ich hoffe, die fünf Tipps haben euch geholfen. Sind Basics, aber meistens hadert es an den Basics. Und falls ihr noch ein paar Ideen habt oder wenn ihr sagt, hey Ali, mach mal ein Video zu dem und dem Thema, bitte in den Kommentaren reinschreiben. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali.